Wenn du Verteidiger bist, ist es dein Job, Tore zu verhindern. Doch manchen Verteidiger passiert es, dass sie mitten im Spiel auf einmal ihren inneren Messi entdecken und dabei das komplette Team der Gegner austribbeln. Das geht alles so lang, bis sie sich erinnern, dass sie doch nur Verteidiger sind.